Diese Bilder sehen Sie nur bei uns, exklusiv bei CDU TV. Die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Hannover angekommen. Dort findet in den nächsten Tagen der 25. Parteitag der CDU Deutschlands statt. Wir haben Angela Merkel bei ihrem Rundgang durch den Plenarsaal begleitet und, wie sie uns verraten hat, sie freut sich sehr auf spannende Diskussionen. Ich kann nur sagen, ich darf das glaube ich auch im Namen des Generalsekretärs sagen, ich freue mich auf diesen Parteitag. Wir werden die Weichen stellen, auch für das Jahr 2013. Ein Jahr, das einmal die Niedersachsenwahl hat, aber vor allen Dingen dann auch die Bundestagswahl. Und wir stimmen uns ein, aber wir haben auch noch viel zu arbeiten in dieser Legislaturperiode. Es sind spannende Zeiten. Was ist das wichtigste Thema? Das wichtigste Thema für uns ist, wie geht es wirtschaftlich weiter, weil die wirtschaftliche Entwicklung im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft natürlich der Ausgangspunkt dafür ist, dass wir Gerechtigkeit leben können, dass wir solidarisch sein können in unserer Gesellschaft, dass wir auch denen, die schwächer sind, helfen können. Mir ist es absolut recht, wenn ich ein Votum des Parteitages zu bestimmten Fragen auch mit in meine politische Arbeit nehmen kann. Dafür versammeln wir uns hier und deshalb freue ich mich auch auf die Diskussion.